Liebe Studierende, in unserem heutigen dritten vorlesungsbegleitenden Video kommen wir zum Verwaltungsakt, als der zentralen Handlungsform der Verwaltung. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich dabei um eine einseitig hoheitliche Willenserklärung einer Behörde, die Rechte und Pflichten des Bürgers konkretisiert. Als erste Beispiele für einen belastenden Verwaltungsakt haben Sie bereits die Gewerbeuntersagung und für einen begünstigenden Verwaltungsakt die BAföG-Bewilligung kennengelernt. Damit wir verstehen, warum der Verwaltungsakt so zentral ist, müssen wir zunächst dessen Funktionen im allgemeinen Verwaltungsrecht betrachten. Man kann sie in einigen Begriffen schlagwortartig umschreiben. Erstens dient der Verwaltungsakt der Individualisierung und Klarstellung dessen, was für den Bürger rechtens ist. Was allgemein abstrakt gilt, das steht im Gesetz, beispielsweise die Voraussetzungen für eine Baugenehmigung. Mittels Verwaltungsakt wird das Gesetz im Einzelfall auf die konkrete Situation angewandt. Das heißt, es wird klargestellt, ob und für wen gesetzliche Voraussetzungen im konkreten Fall vorliegen oder auch nicht vorliegen und welche Konsequenzen sich daraus für den Einzelnen und den Einzelfall ergeben. Beispielsweise prüft die Behörde, ob für einen konkreten Bauantrag des A die Voraussetzungen der Baugenehmigung vorliegen und deshalb dem A die Baugenehmigung erteilt wird oder eben auch nicht. Dabei hat der Verwaltungsakt zweitens eine Bündelungs- und Systematisierungsfunktion. Er dient als einheitliche Handlungsform für verschiedene Aktionen der Verwaltung im täglichen Leben. Genehmigungen, Erlaubnisse, Konzessionen, Beanstandungen, Anordnungen. All dies wird am abstrakteren Rechtsbegriff des Verwaltungsakts gebündelt. Es handelt sich um besondere Willenserklärungen der Verwaltung in Abgrenzung zu anderen Handlungsformen, wie beispielsweise zur Gesetz- und Verordnungsgebung, zur informellen Bitte oder Auskunft, zum Vertrag, den kennen Sie ja aus dem Zivilecht und er wird Ihnen auch später im öffentlichen Recht begegnen, und zu vielen anderen. An die unterschiedlichen Handlungsformen knüpfen sich spezifische Vorgaben und Wirkungen. Als eine dieser Wirkungen des Verwaltungsakts ist drittens dessen fehlerunabhängige Rechtswirksamkeit zu nennen. Dies hat eine Stabilisierungsfunktion. Von Gesetzen wissen Sie aus dem Staatsorganisationsrecht, dass Rechtsfehler dort regelmäßig zur Nichtigkeit, zur Unwirksamkeit des Gesetzes führen. Dies ist beim Verwaltungsakt anders. Auch ein fehlerhafter, rechtswidriger Verwaltungsakt ist grundsätzlich zunächst einmal wirksam und von der Behörde mit Zwang durchsetzbar. Ausnahmefälle, wo das anders ist, werden wir später behandeln. Erst wenn der rechtswidrige Verwaltungsakt auf eine Klage des Bürgers hin vom Verwaltungsgericht aufgehoben wird, entfällt seine Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit. Wird er nicht vor Gericht angegriffen, erwächst der Verwaltungsakt nach Verstreichen der Klagefrist in sogenannte Bestandskraft. Diese Bestandskraft ist ein Stück weit mit der Rechtskraft eines Urteils vergleichbar. Die Aufhebung kann der Betroffene dann grundsätzlich nicht mehr erzwingen. Der Rechtsfehler spielt somit zunächst einmal keine Rolle mehr. Viertens stellt die Handlungsform des Verwaltungsakts die Weichen für den Rechtsschutz. Wann der Weg zu den Verwaltungsgerichten eröffnet ist, § 40 VWGO, damit haben wir uns ja bereits beschäftigt. Für den Verwaltungsakt gibt es nun spezifische Klagearten. Dies ergibt sich vor allem aus § 42 Absatz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung. Wendet sich der Bürger gegen einen belastenden Verwaltungsakt, so ist nach der dortigen ersten Alternative die sogenannte Anfechtungsklage einschlägig. Er strebt er einen begünstigenden Verwaltungsakt, ist nach der zweiten Alternative die Verpflichtungsklage statthaft. Handelt die Verwaltung jedoch in anderen Rechtsformen, etwa durch öffentlich-rechtlichen Vertrag, dann sind auch andere Klagearten einschlägig. Die Bündelungs- und Systematisierungsfunktion des Verwaltungsakts zeigt sich somit auch im Verwaltungsprozessrecht. Nicht nur für den Rechtsschutz, sondern, dies ist die fünfte Funktion, auch für das Verwaltungsverfahren stellen, stellt die Rechtsform Verwaltungsakt wichtige Weichen. Beispielsweise muss vor einem belastenden Verwaltungsakt, der in Recht eines Bürgers eingreift, wie etwa eine Gewerbeuntersagung, der Bürger vorher angehört werden. Dies finden Sie in § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz. Und ein schriftlicher Verwaltungsakt bedarf der Begründung, wie Sie in § 39 Verwaltungsverfahrensgesetz nachlesen können. Dies sind nur zwei wichtige Beispiele dafür, welche Verfahrensanforderungen mit der Rechtsform des Verwaltungsakts verknüpft sind. Ähnliches gilt sechstens auch für die Verwaltungsvollstreckung. Hier geht es um die zwangsweise Durchsetzung der im Verwaltungsakt begründeten Pflichten. Anders als der Bürger muss die Verwaltung ihre Begehren hier nicht im Klagewege durchsetzen, um sich dann einen Vollstreckungstitel in Gestalt eines Urteils zu erstreiten. Vielmehr kann die Verwaltung direkt aus dem Verwaltungsakt selbst die Vollstreckung betreiben. Näheres dazu in der Vorlesung zum Polizei- und Ordnungsrecht. Lassen Sie uns diese Funktionen des Verwaltungsakts noch einmal sammeln. Nun wenden wir uns der Definition des Verwaltungsakts in § 35 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu. Zentral ist dabei der Satz 1, in dem die sechs Begriffsmerkmale, die kumulativ vorliegen müssen, aufgelistet sind. Die Begriffsmerkmale sind hoheitliche Maßnahme, Behörde, Regelung, Einzelfall, öffentlich-rechtlich und mit Außenwirkung. All diese Begriffsmerkmale dienen der Abgrenzung zu anderen Handlungsformen der Verwaltung. Wenn man sich dies vergegenwärtigt, werden die Definitionen deutlich einbrugsamer und man wird sie weit besser im Gedächtnis behalten können. Das erste Merkmal ist die hoheitliche Maßnahme. Dieses Kriterium dient vor allem der Abgrenzung zu Maßnahmen im Gleichordnungsverhältnis, namentlich dem Vertrag, wo sich die Parteien auf gleicher Ebene begegnen. Deshalb versteht man unter hoheitlicher Maßnahme ein Verhalten mit Erklärungswert, das krafthoheitlicher Gewalt, also in einem Über-Unter-Ordnungs-Verhältnis vorgenommen wird. Das zweite Merkmal, die Behörde. Einerseits dient es der Abgrenzung zum Handeln privater, andererseits grenzt es die Exekutive von den anderen Staatsgewalten ab, also von Gesetzgebung und Rechtsprechung. Sie finden eine Legaldefinition der Behörde in § 1 VW VfG, wonach es im konkreten Fall darauf ankommt, ob Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrgenommen werden, also eine funktionale Betrachtungsweise. Drittens muss das Handeln auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts zu verorten sein. Hier findet die Abgrenzung zum privatrechtlichen Handeln der Verwaltung statt, wie schon mehrfach besprochen. Besonders wichtig ist das nächste Kriterium, nämlich die Einordnung des hoheitlichen Handelns als Regelung. Die hat, wie noch zu erläutern, mit Rechtsetzung zu tun und grenzt damit den Verwaltungsakt zu rein tatsächlichem Verwaltungshandeln ohne rechtliche Wirkungen ab. Unter Regelung versteht man daher die willentliche Setzung von Rechtsfolgen. Ferner muss es sich um einen Einzelfall handeln. Hier wird der Verwaltungsakt abgegrenzt von Rechtsverordnungen und Satzungen, die ja ebenfalls durch die Verwaltung erlassen werden, aber als Rechtsnorm für eine Vielzahl von Fällen gelten. Weil diese Abgrenzung besondere Schwierigkeiten verursacht, müssen wir uns damit gleich noch näher beschäftigen. Und last but not least die Außenwirkung. Hier erfolgt die Abgrenzung zu rein verwaltungsinternen Maßnahmen, etwa innerdienstlichen Weisungen oder Verwaltungsvorschriften, die nur innerdienstlich verbindlich sind. Demnach bedeutet Außenwirkung, dass der Verwaltungsakt auf die Herbeiführung von Rechtsfolgen für eine Stelle gerichtet ist, die außerhalb der öffentlichen Verwaltung angesiedelt ist. Typischerweise ist dies natürlich ein Bürger. Aber zur Erinnerung für die Fallbearbeitung. Nur soweit ein Begriffsmerkmal des Verwaltungsakts im konkreten Fall problematisch erscheint, muss es überhaupt angesprochen und so dann im Gutachtenstil diskutiert werden. Handelt es sich dagegen um den Normalfall eines Verwaltungsakts, bedarf es nur einer knappen Feststellung, natürlich mit Nennung von 35 Satz 1 oder Satz 2 VWVFG. Rufen Sie sich dazu noch einmal die Normalfallmethode in Erinnerung. Diese Differenzierung zwischen Normalfall mit einfacher Feststellung und Problemfall mit Lösung im Gutachtenstil können und sollten Sie vor allem auch in den Kleingruppenfällen üben. Die in § 35 Satz 1 VWVFG aufgelisteten Voraussetzungen decken zwar alle Begriffsmerkmale des Verwaltungsakts ab. Das Kriterium des Einzelfalls wird aber durch Satz 2 um sogenannte Allgemeinverfügungen ergänzt. Dazu müssen wir uns noch einmal vertiefter mit diesem Begriffsmerkmal Einzelfall auseinandersetzen. Eine Einzelfallregelung im Sinne von Satz 1 ist durch einen konkreten Regelungsgegenstand und einen individuellen Adressaten gekennzeichnet. Schlagwortartig ist somit die Einzelfallregelung konkret individuell im Gegensatz zu abstrakt generellen Regelungen in Rechtsnormen. Von diesem Grundsatz, dass ein Verwaltungsakt nicht nur konkret, sondern auch individuell sein muss, macht nun Satz 2 mit der sogenannten Allgemeinverfügung eine wichtige Ausnahme. Dabei gibt es drei Varianten. In der ersten Variante der sogenannten Adressatenbezogenen Allgemeinverfügung genügt ein nach allgemeinen Merkmalen bestimmter oder bestimmbarer Adressatenkreis. Ein Beispiel ist die Versammlungsauflösung, die sich ja an alle Versammlungsteilnehmer richtet. Die sachbezogene Allgemeinverfügung, zweite Variante, und die konkrete Benutzungsregelung, dritte Variante, sind gänzlich adressatenfrei. Hier basiert die Einordnung als Einzelfallregelung allein auf dem Bezug zu einer konkreten Sache und dem dadurch hergestellten konkreten Regelungsgegenstand. Ein Beispiel für die zweite Variante ist die Widmung einer bestimmten Straße zur Nutzung für die Allgemeinheit. Und ein Beispiel für die dritte Variante wäre ein Taubenförderungsverbot für eine konkrete Grünanlage. Ich fasse noch einmal zusammen. Der Verwaltungsakt ist deshalb so prominent im allgemeinen Verwaltungsrecht, weil er bestimmte wichtige Funktionen erfüllt. Er bewirkt die Konkretisierung und Anwendung des Gesetzes auf den Einzelfall. Dabei bündelt er verschiedene Maßnahmen in einem einheitlichen Rechtsbegriff. In weitem Umfang ist er zunächst fehlerunabhängig wirksam und kann in Bestandskraft erwachsen. Schließlich stellt er wichtige Weichen für den Rechtsschutz und für Anforderungen an das Verwaltungsverfahren. Der Verwaltungsakt ist in § 35 VWVFG definiert, dessen Satz 1 listet alle Begriffsmerkmale auf, die kumulativ vorliegen müssen. Satz 2 erweitert das Merkmal Einzelfall um drei Varianten einer Allgemeinverfügung. Jedes der Definitionsmerkmale dient der Abgrenzung des Verwaltungsakts zu anderen Handlungsformen der Verwaltung. Schon an diesen ersten Grundlagen merken Sie, dass der Verwaltungsakt für das deutsche Verwaltungsrecht von überragender Bedeutung ist. Dementsprechend werden wir uns auch in der Vorlesung noch intensiv mit ihm auseinandersetzen und problematische Fälle vertiefen. Und nun bedanke ich mich erst einmal fürs Zuschauen und freue mich, Sie in der Vorlesung wiederzusehen. Die gesamten Handlungsmülverfahren Studium Master Vielen Dank.